Wir haben jetzt direkt am ersten Tag unserer DigiCon noch ein kleines Special für euch, denn jetzt im September erschien der dritte und vorerst letzte Band von Demon Mind Game, unserem hauseigenen Shonen-Action-Manga Made in Germany. Und um euch allen die Serie für die, die sie noch nicht kennen, noch ein bisschen schmackhafter zu machen, freuen wir uns sehr, dass wir niemand geringeren als David Filicki, himself, den Zeichner von Demon Mind Game, hier heute zu Gast haben. Hi David. Hallo. Da bin ich schon. Sehr schön. Und ganz nach dem Motto, aller guten Dinge sind drei. Danny, du bist auch noch dabei. Ich bin auch dabei. Sehr gut. So, und bevor wir jetzt gleich über Demon Mind Game sprechen, David, magst du dich bitte unseren Zuhörern einmal vorstellen? Also, wer bist du und was machst du so? Ich finde das immer ganz, ganz unangenehm, wenn ich sowas machen muss. Weil ich muss dann natürlich auch über meine ganzen Erfolge und mein gutes Aussehen sprechen. Das wirkt dann immer so arrogant. Ich versuche es mal ein bisschen runter zu sprechen. Also, ich bin aus dem Erzgebirge ursprünglich schon sehr, sehr alt. Ich bin tatsächlich noch zu DDR-Zeiten geboren worden und bin immer noch in der Region. Also, ich bezeichne mich auch immer als der einzige Mensch, der irgendwas in dem Bereich in der Region Erzgebirge macht. Und das stimmt, glaube ich, auch tatsächlich immer noch. Ich bin, glaube ich, seit 2001, oh Gott, als Manga-Zeichner unterwegs und habe 2005 tatsächlich damals auch bei Tokio Pop meine erste professionelle Veröffentlichung gehabt. Die nenne ich jetzt nicht beim Namen, weil ich Angst habe, dass das die Hörenden googeln und sich vielleicht noch irgendwo bei Mumox oder so ein altes abgegriffeltes Exemplar bestellen. Ja, das ist mir sehr peinlich. Ich hatte bis dahin aber auch schon ein paar kleinere Veröffentlichungen hier. Und da, ich glaube, das Erste, was wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte, war 2002 ein Beitrag für Manga-Talente, der leider längst eingestellte Zeichenwettbewerb der Leipziger Buchmesse. Und da ging das halt bei mir dann auch so los, dass ich gemerkt habe, hey, die Kids, die freuen sich über meine Manga. Ich male jetzt Manga und das hat sich eigentlich nie so richtig dann wieder abgelegt, die Einstellung. Ich habe aber dann zwischenzeitlich auch ernste Sachen gemacht. Ich habe dann Medienwissenschaften studiert bis zum Master hin, hatte dann schon quasi an meiner Doktorarbeit gesessen. Habe dann aber während der Zeit, als ich meine Bachelorarbeit, als ich mein Masterstudium hatte, dann auch einige größere Erfolge in der ganzen Manga-Branche mit allem drum und dran. Und habe mich dann entschieden, ich konzentriere mich auf die Freiberuflichkeit. Und ich bin dann neben der Manga-Zeichnerei auch Illustrator, arbeite auch als Redakteur für verschiedene Verlage und bin professionelles Fußmodel. David, da habe ich meine Frage direkt. Und zwar, bist du denn auch so mit Manga und Anime so groß geworden? Oder woher kam da dann auch dieser Wunsch, in den Bereich einzusteigen? Weil klassisch Comic ist ja doch noch, also es ergibt sich ja nicht automatisch die Verbindung. Ja, also wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr alt und ich komme tatsächlich aus der Zeit, da wusste man das noch nicht zu klassifizieren. Also da lief halt Zeug im Fernsehen. Ich habe das geguckt, was ich cool fand. Und ich habe dann erst viele, viele Jahre später, als dann so 2000 der Manga-Boom über Deutschland schwappte, habe ich gelernt, dass das, was mir tatsächlich am besten gefallen hat, retrospektiv als Manga oder Anime einzuordnen war. Weniger Manga, weil im Bereich Comics gab es da noch nicht so viel in Deutschland. Aber gerade was Animationsserien im Fernsehen anbelangt, da habe ich dann festgestellt, dass so von meinen Top-10-Serien so mindestens sieben kamen aus Japan. Und selbst bei den Sachen, die man jetzt eher als US-amerikanisch klassifizieren würde, habe ich dann rausgefunden, das haben wir bei japanischen Animationsstudios gemacht. Und da war halt anscheinend schon immer was da, was mich gecatcht hat, was den Artstyle anbelangt, was die Dynamik, die Action-Szene anbelangt, vielleicht doch so ein bisschen den Humor. Und ich habe dann 2000 rum das alles nochmal für mich neu geordnet und bin dann aber auch so ein bisschen engstörniger geworden. Ich habe dann gesagt, na, jetzt will ich nur noch japanische Sachen. Das müsste ich dann auch erst mal wieder ablegen. Jetzt bin ich offen für alles. Mittlerweile ist ja sowieso Comic- und Animationsbranche alles gegenseitig gefärbt. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Disney-Film anguckst, ist da auch viel Manga-Anime-Einfluss mit drin. So ist das auch gut, so ist auch mein Stil. Und mein Stil ist auch tatsächlich noch von dieser früheren Zeit, wo ich das halt noch nicht besser wusste, durch zum Beispiel amerikanische Comics mitgeprägt oder franco-belgische Sachen. Das merkt man vielleicht auch, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Demon-Mind-Game in die Hand nimmt. Gerade was die Hintergründe anbelangt, ist auch ganz viel durch franco-belgische Comic-Alben. Grapefruit-Novel nennt das der Fachmann auch zum Teil. Das ist da alles mit drin an Einflüssen. Und ich glaube aber auch, das geht auch den Japanern mittlerweile so. Also das ist alles sehr offen, zum Glück. Kannst du mal drei von deinen Lieblingsjapanischen Sendungen nennen? Also von den zehn? Ja, ich mache mir da ganz oft Gedanken und ordne das auch ständig wieder neu. Also ich mag zum Beispiel super gerne das Wort Masterpiece Theater. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Da seid ihr wahrscheinlich noch 30 Jahre zu jung dafür. Aber in Deutschland wahrscheinlich der bekannteste Ableger. Das ist nämlich eine Serien-Anthologie, wo jede Staffel eine eigene Geschichte ist, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und was in Deutschland am bekanntesten ist, ist Heidi. Ja, jetzt kann man das so runterstempeln. Aber Heidi mag ich heute immer noch sehr gut. Von der ganzen Narration der Dramaturgie her ist es tatsächlich besser, als man vielleicht manchmal denkt, gerade wenn man es noch nicht gesehen hat. Aber da gab es halt noch ganz viele andere Serien. Da haben die Japaner tatsächlich über etwa drei, vier Jahrzehnte lang jedes Jahr eine neue Serie rausgehauen. Und da gibt es in Deutschland ein paar Vertreter, die ich noch aufzählen kann, wie zum Beispiel eine fröhliche Familie. Die Kinder vom Berghof, Wunderbare Polyana. Dann gab es noch so eine Peter Pan-Anime-Serie. Und das sind alles sehr, sehr gute Serien, die aus der heutigen Sicht vielleicht ein bisschen zu wenig Mecha-Hentai haben. Na, Hentai ja gar nicht. Ich gucke die tatsächlich manchmal jetzt wieder an. Und ich freue mich schon. Ich habe jetzt gerade ein kleines Baby irgendwo hier in der Wohnung rumkrabbeln. Wenn der dann mal in vielleicht so sechs, sieben Jahren auch mental gereift genug ist, dann gucke ich mit dem so ein paar Gassenhauer an, wie Niklas, ein Junge aus Flandern oder das Mädchen von der Farm. Und das sind alles Sachen, die kriegt man teilweise jetzt auch wieder. Also ich weiß nicht, wie man jetzt hier Werbung machen kann, aber ein paar Streaming-Dienste haben die auch gratis in ihren Abos. Und die sind teilweise auch schon heftig. Also die sind zwar ruhig erzählt, aber die hatten halt schon immer eine sehr ernste Dramaturgie. Also ich will nicht zu viel verraten, aber guckt nicht Niklas, ein Junge aus Flandern an, wenn ihr ein Happy End erwartet, Zwinker. Naja, es gibt ja auch so eine Sendung hier Georgie. Das ist ja auch thematisch. Genau, Georgie von der Thematik her kommt das auf alle Fälle mit rein. Das gehört jetzt nicht mehr zu dem World Masterpiece Vierter, aber das ist durch den Erfolg vom World Masterpiece Vierter auf alle Fälle mit, schätze ich mal, katalysiert, dass es dann noch solche Sachen wie Georgie gab oder Lady Oscar zum Beispiel. Aber das ist, ja, das ist alles so die Richtung, sag ich mal. Und ich fand das als Kind eigentlich schön. Ich war da gerade in die Schule gekommen und das lief bei mir parallel. Da ging gerade der RTL2-Nachmittags-Trickfilm-Blog los. RTL2, damals ganz neuer Sender, bevor die dann irgendwann mal in so eine Berlin-Tag-und-Nacht-Richtung übergingen, haben die sich sehr viel um die japanische Kultur bemüht. Und die waren auch mit die Ersten, die diese Anime-Blogs hatten, die es dann einige Jahre gab. Und ich fand mich da mal ernst genommen als Kind. Ich habe dann als Siebenjähriger halt mir angeguckt, wie zum Beispiel die Katholie ein Mädchen aus Finnland, eine Kuhhürtin während des Ersten Weltkriegs, darauf wartet, dass ihre Mutter aus Deutschland zurückkommt. Und ich dachte, ja, warum denn nicht? Also so von der Dramaturgie her, das kannte ein Kind ab. Und ich habe da auch viel gelernt. Und ich fand das dann ganz schade, dass Anime dann in eine andere Richtung gegangen ist, wo man dann doch mehr bei Mecha-Hentai wieder war. Aber ansonsten noch, um auf die ursprüngliche Frage nach den Top-Titeln zurückzukommen. Also ich bin, glaube ich, immer noch sehr geprägt von der ersten Digimon-Staffel. Ja, ich glaube, da hast du mit Danny gerade auch jemanden, der da sehr mitfühlt. Ich liebe dich! Ja, ich hoffe auch ganz sehr, dass wir das noch erleben, dass das alles noch echt wird. Aber ich werde wahrscheinlich ein ganz schlechter Tamer dann. Ich hänge dann mit so einem Wookiee-Digimon rum und kriege immer nur auf die Fresse. Aber ich bin halt dann dabei. Ich bin Teil von dem Großen. Ja, ansonsten, Nadja's Secret of Blue Water hat mich extrem geprägt damals. Ja, es sind ein paar Sachen dabei, die möchte ich jetzt schon fast gar nicht mehr nennen, weil ich glaube, die sind nicht so gut gealtert. Aber die Kickers zum Beispiel. Ich bin ja auch ein großer, begeisterter Fußballer. Und da waren die Kickers genau das, wobei die mich auch schön runtergezogen haben, was so das Reflektieren meiner eigenen Leistung an mir hat. Und hast du die auch benutzt, um so ein bisschen eine Orientierung zu finden oder als Inspirationsquelle dann, als du dann angefangen hast? Ja, also Kickers. Kickers, tatsächlich. Ich habe dann gelernt, so unendlich viele Saltos in der Luft zu machen, um halt coole Tore zu schießen. Und so vom Zeicheln her, tatsächlich diese wird Masterpiece, viel der Sachen, da sollte man noch dazu sagen, dass da auch viele vom Studio Ghibli mit involviert waren. Bevor die dann ihre eigenen Sachen gemacht haben, haben die da an einigen der Serien als Creative Director und Drehbuchautoren und Keyframe-Animatoren mitgearbeitet, also Miyazaki und so weiter, Takahata. Und da habe ich erst relativ spät gemerkt, ach, guck mal an, die Art, wie ich Gesichter zeichne, das ist ja direkt davon abgeleitet, wie die damals in den 70er Jahren gearbeitet haben. Das hat mich fast ein bisschen schockiert. Man denkt, da muss ich dann sehr altmodisch meinen Ansatz. Aber ich versuche natürlich trotzdem auch immer moderne Elemente mit reinzubringen in meinen Artstyle. Da fällt es nicht ganz so auf, aber die haben auch schon viel damals sehr richtig gemacht. Und ansonsten gibt es da immer mal so ein paar Ausreißer. Ich denke, das ist ein cooler Stil. Also zum Beispiel die erste Staffel Digimon, das kann ich für meine Art Comics nicht nehmen. Zum Beispiel, dass die da extrem große Füße und Hände haben. Aber was ich von der ersten Staffel Digimon mitgenommen habe, ist die Art, wie man Pupillen zeichnet tatsächlich. Das hat mich total geflasht. Mit diesem Highlight in der Iris noch und wie das ganz genau aufgebaut ist, hat mich eins zu eins so geklaut. Und wenn man genau hinguckt, findet man in all meinen Comics im Hintergrund einen Kuwagamon. Nein, das finde ich nicht. Ich bin schon am Durchblättern. Ja, aber das mit den Augen, das sehe ich hier auch überall. Also da immer wieder die Reflexion mit drin. Das finde ich super spannend. Also sind das dann, also jetzt sagst du ja, mit Digimon, das war etwas, das hast du wirklich aktiv auch sozusagen so Sachen übernommen beziehungsweise dich damit beschäftigt, um da eben sozusagen dein eigenes Können auch weiter auszubauen. Ja, also das ist natürlich was, was größtenteils unbewusst passiert. Also man hatte vielleicht schon einen Stil, Digimon, das kam bei uns 2000 raus, die erste Staffel. Und 2000 war ich ja sogar noch relativ jung, aber ich hatte trotzdem schon einen Stil, den ich für recht festgefahren hielt. Da ist man noch in einem Alter, da dehnt sich die Zeit auch ganz anders an. Da denkt man, ich zeichne doch schon seit drei Jahren Comics. Natürlich werde ich mich nie wieder verändern, stilistisch. Und dann kommt so was und dann probiert man es vielleicht einmal aus und merkt, ja okay, vielleicht probiere ich es nochmal aus und dann merkt man, das ist jetzt der feste Teil meines Stils. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die ich genauso ausprobiert habe. Wo wir zum Beispiel auch wieder bei Georgie wären, was vorhin angesprochen wurde, da habe ich auch mal phasenweise so diese Shou-Shou-Art Augen zu zeichnen oder zum Beispiel auch Köpfe im Profil. Wenn man sich die alten Sachen nochmal anguckt, die hatten so eine ganz bestimmte Art, wie da die Köpfe gewölbt sind und der Mund war dann meistens nur so auf der Wange drauf. Also wenn die Anime-Menschen wirklich alle in echt so existieren würden, die wären ständig nur beim Kieferchirurg, die hätten riesige Probleme. Aber das habe ich halt auch mal übernommen und habe dann gemerkt, das ist irgendwie albern. Also nichts gegen Leute, die diesen Stil halt für sich so meißen können, aber ich habe dann gemerkt, bei mir passt das einfach nicht und ansonsten sind halt ganz viele Einflüsse, wo ich manchmal selber gar nicht merke, dass die da sind. Also zum Beispiel One Piece hat mich anscheinend sehr geprägt, da habe ich aber auch gleichzeitig versucht, mich immer dagegen zu wehren. Ich habe immer gedacht, irgendwie passt mir das nicht. Ich will wie Dragon Ball so ein Stil eigentlich für mich. Oder damals war es halt so. Und dann kam halt One Piece und irgendwie murgelt es sich das immer mehr rein. Irgendwann habe ich es dann halt einfach angenommen. Und zum Beispiel mein Taschenbuch-Debüt bei Tokio Pop, Struvelpedel, die Rückkehr, den darf man sich von mir aus auch bei Momox noch mal irgendwo gebraucht kaufen. Aber ich glaube, der ist immer noch ganz trollig. Da merkt man, glaube ich, auch recht deutlich, dass ich damals viel One Piece gelesen habe. Band 1 von Demon Mindgame erschien ja Ende 2017. Magst du uns, also gerade jetzt Danny und mir, aber auch sehr gerne unseren Zuhörern, mal erzählen, wie es eben dann dazu kam, wie du auf die Idee gekommen bist mit Demon Mindgame? Ja, also ich bin ja schon im Gegensatz zu euch seit, ich glaube wirklich fast seitdem es den Verlag gibt bei Tokio Pop. Und ich habe, also genau genommen, Tokio Pop gibt es in Deutschland seit 2004, ich glaube relativ spät im Jahr 2004 und ich kam Anfang 2005 dazu. Und ich hatte in der Zeit immer Projekte, das wissen viele nicht, aber ich habe eigentlich immer an irgendwas gearbeitet. Aber nicht alles kommt raus. Also das gehört mit dazu. Das ist das Game. Ich habe mich auch mal mit dem Redakteur von Akira Turiyama über das Thema erhalten und der hat dann auch sehr eindrucksvoll erzählt, wie er damals in den 70er Jahren Akira Turiyama erst mal 5000 Seiten Manga hat zeichern lassen, bevor die dann halt mal auf die Idee kamen, ey, okay, ich glaube, du bist soweit, jetzt lass uns mal was veröffentlichen. Und ich hatte damals relativ viele Projekte einfach nur als einen Satz zusammengefasst für einen möglichen Pitch da liegen. Und ich hatte damals, ich würde mal sagen, vielleicht so 2014, 2013, 14, 15, ich weiß nicht mehr genau, da hatte ich eine Redakteurin bei Tokio Pop, der habe ich einfach eine riesige Liste an Pitches geschickt. Eine riesige Liste. Und wir sind die Liste gemeinsam durchgegangen und ich fand, da waren viele gute Sachen dabei. Die hat dann nur gesagt, ach nee, nee, teilweise auch ja, das ist schon gut, aber wir machen es trotzdem nicht. Und es waren auch wirklich viele Ideen dabei, die waren so ein bisschen als Herausforderung gedacht. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Waren aber auch viele, die waren sehr ernst gemeint. Manche waren vielleicht doch einfach ihrer Zeit voraus. Und ich war damals auch sehr breit aufgestellt bei der Liste. Und ich kam aber aus einer Phase raus, wo ich bei Tokio Pop primär, ich sag jetzt mal, Action, Comedy, Satire-Manga rausgebracht habe. Und ich habe halt gemerkt, die Leserschaft, die brandet mich da in der Richtung, wo ich mich gar nicht sehe. ich mache gerne Comedy, aber das ist eigentlich immer nur ein Teil von meinem Gesamtrepertoire gewesen. Und wie gesagt, ich bin halt der Typ, der so super gerne Niklas, ein Junge aus Flandern guckt. Ich will halt auch ernste Geschichten, wo am Ende am besten noch ein Hund stirbt, erzählen. Und hatte halt auch von meiner Seite aus forciert, der nächste Manga bei Tokio Pop, der soll dann auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also geerdet im weiteren Sinne, aber ein bisschen runtergefahren, was die Comedy anbelangt sein und vielleicht ein bisschen mehr auf so klassische schonen Manga Epik übergehen. Muss aber auch nicht machen. Ich wollte vor allem halt aber was in Anführungsstrichen Erwachseneres machen. Und dann hatte ich tatsächlich ein Konzept, wo der Verlag sofort gesagt hat, ja, das machen wir. Und dann habe ich, während wir schon an Band 1 gearbeitet haben, gesagt, nee, nee, ich will dann doch nicht mehr. Und habe dann was anderes schnell eingereicht und es war natürlich hochgepokert und da hat aber zum Klick der Verlag gleich gesagt, ja, das ist ja sogar noch besser. Und das haben wir dann gemacht und das ist dann über lange Zeit zu Demon Mindgame gereift. Es war natürlich hochgepokert, weil also gerade viele, viele Hörerinnen, die vielleicht selbst den Wunsch haben, Mangaka zu werden. Die werden vielleicht schon seit Jahren jetzt probieren, was erfolgreich zu pitchen bei einem Verlag und ich muss das ja auch noch. Nach 20 Jahren in der Szene muss ich ja trotzdem regelmäßig Sachen beim Verlag pitchen, muss gucken, will das der Verlag überhaupt mit mir machen. Und da hatte ich das geschafft. Ich hatte was erfolgreich gepitcht und habe mich dann aber selbst in dem Fall dagegen entschieden, weil ich mich nicht so wohl damit fühlte und Demon Mindgame war dann halt einfach die richtigere Entscheidung und das war aber in den ersten ein, zwei Wochen, die wir daran gesessen hatten, ich und mein damaliger Tokio Pop Redakteur, war das noch ein ganz anderes Projekt. Also das hat sich nochmal richtig oft gedreht und als wir dann aber einmal die richtige Spur hatten und das waren schon einschneidende große Änderungen, dann ging das relativ fix und dann hatten wir wirklich auch schon 2016 hatten wir schon komplett für ein komplettes Universum im Prinzip alle Regeln aufgestellt, hatten für ganz viele mögliche Spin-Offs uns auch schon plötzlich ausgedacht. Also man schießt auch schnell über das Ziel hinaus, merkt man dann schon immer wieder, aber so diese Grundstory, die stand tatsächlich schon 2016 dann. Aber das ist ja auch so eine eher so eine auch so eine deutsche Eigenart, was ja ganz oft so zum Beispiel, dass sich, also jetzt in Japan zum Beispiel, dass sich ein Zeichner und ein Redakteur zusammentun, um eine Idee, sag ich mal, ausreifen zu lassen. Jetzt ist das ja immer so, klar, es ist in dem Fall ein ähnliches Duo, der Redakteur dann eben aus dem Verlag und der Zeichner, aber die, ich sag mal, die Grundidee der Story, die kommt ja auch von dir. Ja genau, also das ist halt die Frage, was man möchte als, ich sag jetzt mal, Mangaka, als Zeichner, Zeichnerin, Autor, Autorin. Ich kenne auch viele Kolleginnen, die brauchen unbedingt diesen redaktionellen Beistand und ich merke das aber auch, ich möchte das. Also ich hab damals, als ich angefangen hab bei Tokio Pop, hab ich zusammengearbeitet mit der Kollegin Yuki Kowalski, die war damals vielleicht sogar die einzige Redakteurin in Deutschland, die richtig in Japan dann auch so eine Redaktionsausbildung gemacht hatte, die hat auch ganz viele tolle Titel betreut für Tokio Pop, auch glaube ich, einige der erfolgreichsten Eigenproduktion und die hatte dann auch unter anderem den Strubelpeter mit mir gemacht und da hab ich halt einfach gemerkt, das eine Jahr, dass wir gemeinsam am Strubelpeter gearbeitet hatten und davor hatten wir aber auch schon zwei, drei Jahre an diversen anderen Projekten, die es dann nicht bis zur Veröffentlichung geschafft hatten, gearbeitet, da hab ich so viel mitgenommen, so viel Expertise, was Storytelling anbelangt, aber auch teilweise so kleine Kniffe, auf die ich nie gekommen wäre, das sind so Sachen, die sieht man im Manga immer wieder und reflektiert das aber einfach nicht richtig. Hast du da mal ein Beispiel, also was so diese Kniffe sind? Also ein Beispiel, was sich bei mir ganz sehr eingeprägt hat, was die Yuki mir gesagt hat, schräge Panels muss man sich verdienen und das klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber ich sehe das immer wieder, auch wenn ich zum Beispiel auf einer Convention, einer Messe bin, kommen ja viele junge Leute zu mir und zeigen mir ihre Mappen, zeigen mir ihre ersten Manga-G-Versuche und haben dann vielleicht so ein Zehn-Seiten-Do-Chinji und das ist immer alles voll mit schrägen Panels und ich denke mir, ja genau so sah das bei mir auch aus, man guckt sich irgendeinen Manga an, sieht, ah ja, manchmal sind die Panels schräg, also die einzelnen Bilder für die Leute, die nicht wissen, dass das ein Panel heißt und man reflektiert das vielleicht gar nicht so richtig und denkt dann, ja anscheinend bedeutet auch das einen Manga zu zeichnen, dass man regelmäßig schräge Panel-Rahmen mit einbaut, aber überlegt vielleicht gar nicht, warum das so sein muss und die Yuki hat mir gesagt, schräge Panel, die transportieren ja trotzdem auch was Inhaltliches und du kannst zum Beispiel dann anfangen, die Panel schräg zu machen, wenn es in der Szene unruhiger wird und ich habe dann auch immer wieder so ein bisschen versucht, die Yuki herauszufordern und habe dann teilweise auch in Anführungsstrichen normalen Dialog-Szenen, was auch immer bei mir eine normale Dialog-Szene bedeutet, angefangen, die Panel schräg zu machen und dann kam die Yuki und meinte, da haben wir doch drüber geredet, du musst da immer das Geo-Dreieck ansetzen, die müssen schön gerade werden bei so einer normalen Dialog-Szene. Ich habe gesagt, ja, aber es brodelt. Die soziodynamischen Schwingungen bringen das Panel-Layout zum Brodeln und die rechten Winkel wären langsam stumpf. Und dann hat die Yuki auch gesagt, okay, den Punkt gebe ich dir, darfst du so machen, dann ist alles richtig. Und das war für mich halt dann auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit ins Studium genommen habe. Da habe ich nämlich gleich im ersten Semester das Fach Symiotik mitbelegt. Symiotik, das ist die Zeichenlehre. Und da habe ich dann noch ganz viel an der Uni zu dem Thema noch weiter recherchiert und habe im Prinzip die komplette Bildsprache von Comics auseinandergenommen und erst mal richtig gelernt, was das alles bedeutet. Es gibt so schöne Bücher von Scott McLeod, Making Comics, Reading Comics und so weiter kann man ja mal empfehlen. Das ist auch, glaube ich, universell einsetzbar für alle Comics die Richtung. Und da habe ich erst mal verstanden, was es alles danach für ein Handwerkszeug zu erlernen gibt, wenn man sich dazu entscheidet, ein professioneller Comiczeichner zu werden. Da sind so Sachen dabei wie der Abstand zwischen Panels, wie groß muss ein Panel sein, für welche Szene, Sprechblasenform, was man alles Verschiedenes machen kann, wenn ich zum Beispiel eine Sprechblase eher, ja, ich sage jetzt mal so zittrige Outlines hat, wenn die eckige Outlines hat, dass das ja auch immer was transportiert, dass da immer zum Beispiel mitschwingt, im wahrsten Sinne, der hat jetzt eine ernste Stimme, der kriegt eine eckige Sprechblase, der Typ zittert, der kriegt so eine welligere Sprechblase, oder wenn die berühmten Action-Szenen Zacken rauskommen, der schreit, das explodiert regelrecht. Und da gibt es halt wirklich tausende Sachen, wenn man da einmal an dieses Hornissen-Nest reinsticht, merkt man, was man alles bei einem Comic an Bildsprache feintunen kann. Und das war für mich tatsächlich auch ganz wichtig, warum ich dann dieses Studium gemacht habe. Und dann parallel dazu mit der Yuki, mit der Hilfe von Tokio Pop, dann halt so diese eigene Bildsprache erstmal entwickeln. Und ich glaube, das ist auch was, das brauchen Nachwuchs-Zeichnerinnen, um halt einmal wirklich dieses Handwerkszeug überhaupt mal genannt zu bekommen. Weil sonst kriegt man gar nicht mit, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und Storytelling ist dann eh nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist nochmal ein Riesenfass. Ich habe mich ja gerade noch gefragt, weil du ja meintest, dass du gerne etwas Ernsteres schreiben beziehungsweise zeichnen möchtest, so mit sterbenden Hunden und so. Wieso ist Demon Mind Game dann doch ein Shonen-Manga geworden? Geschichten, die ja eigentlich doch eher abgedreht und actiongeladen sind. Ja, also Shonen ist ja auch vielseitig. Das habe ich dann noch relativ schnell gemerkt, als ich dann angefangen habe, fleißig alles wegzulesen, was in Deutschland rauskam. Und das war ja am Anfang noch möglich. Also Anfang des Jahrtausends konnte man tatsächlich noch ein Bücherregal vollmachen mit allen Sachen, die jemals in Deutschland rausgekommen sind. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, ach guck mal, die Japaner machen ja wirklich über alles einen Manga. Also wenn man sich jetzt mal wirklich in Japan da auch mal umschaut, in Buchhandlungen, dann merkt man, wie erfrischend vielseitig da das Repertoire ist. Es macht auch Sinn, dass nicht alles nach Deutschland kommt. Also es gibt dann Comics über Automechaniker, wo dann in jeder Folge irgendjemand anders mit irgendeinem Oldtimer kommt und der hat ein spezifisches Problem und dann geht es dann halt auch darum, was über Kurbelwellen zu lernen. Trotzdem kann das interessant sein, aber... Und ich hatte auch viele... Ich finde es super. Es ist, ja, also... Ich fände es natürlich auch cool, wenn es ein bisschen mehr repräsentiert wird. Also einer meiner absoluten Lieblingsmanga aller Zeiten ist Yakitate Japan. Das kam bei den Kollegen bei Eggman raus, nur leider nur bis Band 8. Da geht es ums Brotbacken. Und ich finde, das ist einer der besten, dynamischsten und lustigsten und tatsächlich auch actionreichsten Manga, die ich je gelesen habe. Wo dann immer Leute erst mal ins Stocken kommen. Moment, aber du hast ja gesagt, Brotbacken, wie kann das actionreich sein? Ja, guckt euch das mal an. Also du kannst ja mit Manga trotzdem alles machen. Und ich hatte tatsächlich auch viele solche Ansätze. Also ich habe ja vorhin schon gemeint, diese lange Liste an Pitches, die ich der Redakteurin damals geschickt hatte. Da waren auch viele verrückte Ansätze dabei, wo ich mir aber dachte, warum nicht? Also wenn jetzt Tokio Pop sagt, ja, du musst jetzt das machen. Du hast es wahrscheinlich nur als Gag mit auf die Liste gepackt. Aber jetzt zeig uns das doch mal. Ich hatte da zum Beispiel was über einen Landschaftsarchitekt mit dabei. Das hatte natürlich noch einen Twist, aber ich war dann auch ganz froh, dass es das nicht geworden ist. Aber ich dachte, ich packe es mit auf die Liste. Nur für den Fall der Fälle. Oder ich hatte auch Kochmanga damals schon immer mal mit im Repertoire in diesen Portfolios, weil ich auch gerne koche. Und ich dachte, ja, warum nicht das mal verbinden? Aber das gibt es ja jetzt auch. Also das ist ja... Ja, mittlerweile gibt es. Also ich war wahrscheinlich wirklich einfach nur der Zeit voraus. Aber ich konnte es auch verstehen, dass damals der Verlag gesagt hat, ja, lass uns da mal noch warten. Das sieht es noch nicht. Die Welt ist noch nicht reif dafür. Die Leute müssen erst mal noch so ganz grob lernen in Deutschland, was ein Manga ist. Und dann können wir die konfrontieren mit irgendwelchen Kochmangas, mit irgendwelchen Geschichten über Autoreparaturen. Aber ich hätte halt sowas prinzipiell gemacht. Aber mir war es halt immer wichtig, und das habe ich ja vorhin bei Yakitate Japan bei dem Beispiel genannt, dass man immer, und ich nenne das jetzt nicht despektierlich, sondern mit dem größten Respekt, dass man immer so eine Ladung schon in Manga-Bullshit draufpackt. Und ich finde, das ist halt das Schöne an Manga. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, eine gewisse Erdung sollte dann rein. Das muss immer auch richtig krass abheben zwischendurch. Das muss teilweise richtig Quatsch sein. Erst dann macht das so richtig Laune. Und das kann auch ein ernster Manga sein von mir aus, aber der muss halt einen Grund haben, eine Legitimation, warum man das jetzt als Comic erzählt. Weil sonst kannst du auch eine Light Novel drüber schreiben oder einen Film drüber drehen. Und ich finde aber, das Schöne an Manga ist, du hast halt diese Limitierung einfach nicht. Das Thema mit den Light Novels, damit beschäftigen wir uns dann am Freitag nochmal. Okay, ja. Also es ist jetzt schon mal ein Teaser. Jetzt wird da nochmal so eine kleine Werbung nochmal eingeblendet. Also das ist auf alle Fälle was, also wie gesagt, dieser Bullshit-Faktor bei Manga, der bei schonem Manga am stärksten ist. Eine gewisse Naivität kommt da halt auch immer noch mit rein. Aber auch, wie gesagt, nicht despektierlich gemeint. Und weil ich weiß, die Frage kommt dann wahrscheinlich eh nach, wenn ich gefragt werde, was für mich ein Qualitätskriterium bei einem Manga ist, vor allem auch bei einem schonen Manga, dann brauche ich halt erstmal den einfachen Einstieg. Ich brauche relativ schnell ein relativ klares Regelwerk. Ich will wissen, ist das jetzt unsere Welt, ist das eine Fantasy-Welt? Mit was kann ich hier so im weitesten Sinne rechnen? Und das muss aufgehen. Und das muss dann halt auch eine Kohärenz haben, mit der ich dann halt über die ganze Laufzeit hin gut arbeiten kann. Es gibt auch ein paar Sachen, die mag ich grundsätzlich gar nicht. Von solchen Manga lasse ich dann eher die Finger. Und dann muss das halt in so Story-Arcs am besten immer wieder sich selbst herausfordern. Immer noch einen Schritt größer werden. Immer noch ein bisschen mehr in dieses Bullshit-Ding abdriften. Einige der schönsten schonen Manga, so in meinen Augen, die kriegen das halt ganz wunderbar hin, dass die halt relativ seicht anfangen und dann halt aber über viele Jahre sich immer mehr steigern, dass die dann so richtig komplex und groß werden. Aber das will ich am Anfang noch gar nicht haben. Ich will halt diesen relativ freundlichen Zugang erst mal finden. Aber dann apropos Zugang, wie sieht das aus? Könntest du für die Zuhörer, die jetzt ja vielleicht Demon Mind Game 1 und 2 noch nicht gelesen haben, magst du uns mal kurz erklären, worum es eben bei Demon Mind Game geht, worauf man sich da freuen kann und ja vielleicht auch gerade in Bezug auf den schonen Bullshit, den du gerade angesprochen hast, was wir denn von diesem Bullshit auch bei deinem Manga erwarten können? Genau, also der Bullshit-Faktor, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber was jetzt erst mal bei dem Manga der Fall ist, der hat für meine Verhältnisse einen sehr ruhigen Charakter, Hauptcharakter. Das ist halt der Neo, wenn ich da zwei Sätze zu viel über den sage, ist das schon ein großer Spoiler für Band 1, aber ich sage jetzt einfach mal der Einfachkeit halber, der Neo ist ein Dämonenjunge, ein schmucker, kleiner Bursche, aber auch relativ ernst und ruhig und wie gesagt, das ist dann der Faktor, das ist für meine Comic-Helden und Heldinnen eher ungewöhnlich, die sind sonst immer etwas extrovertierter und auch meistens ein bisschen dümmer, man kennt das ja auch viel aus Schoenmanger, das ist die Hauptcharaktere, da nicht ganz so viele IQ-Punkte auf die Waage bringen, der Neo, der ist aber ein bisschen pfiffiger, das merkt man schon relativ schnell und er hat eine besondere Fähigkeit, wenn der einen Schlag ins Gesicht bekommt, kann der in eine mentale Welt wechseln und das sind dann die sogenannten Mindgames und in diesen mentalen Welten kann er dann gegen seine Kontrahenten antreten und man kann sich das dann vorstellen wie so eine Traumwelt, das ist dann vielleicht auch der Bullshit-Faktor im Wesentlichen bei Demon's Mindgame, dass ich mir gesagt habe, was könnte man denn da mal machen, um halt diese Botenhaftung in der normalen Welt von Demon's Mindgame, die schon eine Fantasy-Welt ist, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne eine postapokalyptische Fantasy-Welt, in der es auch Dämonen gibt, aber das ist alles relativ geerdet, die haben normale Zivilisationsstrukturen aufgebaut, die Dämonen und ich wollte da aber halt noch was reinbringen, was halt dann zwischendurch immer mal wieder das Szenario auch extrem ausreizt und ich bin nicht so ein Fan von zum Beispiel Magie, dass man einfach sagt, ja komm, hier packen wir alles in die Welt voller Magie und dann ist eh alles irgendwie ohne Regeln und ich habe gesagt, wie kann man aber, ich sage jetzt mal einen geschlossenen, Raum schaffen, wo ich dann doch wieder alles machen kann und deswegen halt diese mentalen Welten, die Mindgames, in denen dann prinzipiell alles möglich ist und diese Welten sind immer eine Repräsentation der Psyche des Gegners von Nioh und das kann dann zum Beispiel auch sein, dass da ein Charakter halt eine sehr ungefestigte Psyche hat und dann sind auch in der entsprechenden Welt, in dieser Mindsphere heißt das dann, die physikalischen Regeln außer Kraft gesetzt, da schweben dann überall Sachen rum und alles ist ein bisschen abgefahrener, es gibt aber auch Charaktere, die einen sehr geordneten Geist haben, die haben dann auch eine sehr geordnete, von mir aus auch leere Mindsphere und dann gibt es halt aber auch welche, wo sich dann zum Beispiel ihr Hobby, ihr Beruf, ihre Obsession widerspiegeln in diesen mentalen Welten und prinzipiell hat immer die Person, zu der diese mentale Welt gehört, einen Vorteil, weil die ist sozusagen Gott in ihrer eigenen Welt und Neo ist dann immer der Herausforderer, der in dieser Welt einen Weg finden muss, diesen Gott, gegen den er da antritt, zu gewinnen und wenn ihm das gelingt, das ist dann noch so ein Clou an dem Charakter und an seinen Fertigkeiten, Fähigkeiten, er kann mentale Konstrukte seinen Gegnern stehlen und jetzt so viel zu spoilern, aber ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, was so im Manga nicht vorkommt, aber wenn ihr zum Beispiel Neo gegen jemanden antreten würde, der super gut im Freestyle ist, super krasser Straßenhiphopper, könnte er dem diese Fähigkeit wegnehmen, wenn er halt dieses Mindgame gewinnt, in der Mindsphere dieses Street-Hiphoppers und er könnte das dann anwenden, der Neo und sein Gegner würde diese Fähigkeit für immer verlieren und das ist halt noch so eine extra Ebene, die in dem Manga dazukommt und das ist natürlich eine krasse Fähigkeit, eine krasse Möglichkeit, die sich dafür den Held bietet, aber das kommt mit einem hohen Preis, also man steigt in die Geschichte in Band 1 schon ein, wo man merkt, dass, ich sage jetzt mal, das Gehirn unseres Helden ist dadurch schon ein bisschen geschädigt, also er sollte nicht zu oft diese Mindgames machen und er nutzt das halt sehr strategisch. Man kann das zusammenfassen, die mit Mindgame über die komplette Laufzeit, es ist auch ein bisschen wie ein Pusse, es gibt halt einen großen Plot, der Hauptcharakter, Neo, hat einen Plan, den er verfolgt und um diesen Plan umzusetzen, muss er halt strategisch diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, die er aus den Mindgames mitnimmt, einsetzen, muss ich da auch entsprechend die erst mal zusammensammeln und das ist halt aber auch was, was ich behutsam streue, also er rennt nicht nur von Mindgame zu Mindgame und das ist dann alles so nur Bullshit, 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 sondern es gibt halt auch noch einen größeren Plot drumherum und die Mindgames sind dann immer nur gelegentliche Ausflüge, wo man mal die reale Welt zwischenzeitlich mal verlässt und dann passiert da immer was und für mich ist das halt schon so was, wo ich seit 2016 hinarbeite, dass dann halt so diese Puzzleteile sich zusammenfügen und der große Masterplan von Nio letzten Endes vielleicht aufgeht, vielleicht nicht, mal schauen, ja, das hat mir auf alle Fälle viel Spaß gemacht, mich da in diesen Mindgames richtig krass auszutoben, also generell diese ganze Welt habe ich mittlerweile schon sehr lieb gewonnen und vielleicht mache ich auch in Zukunft noch mehr in dieser Welt, dass ich vielleicht mal eine kleine Kurzgeschichte irgendwo im Netz veröffentliche, weil es in der Welt ja noch viel mehr gibt als die Abenteuer von Nio und seinen Freunden, na, mal schauen. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Ja. Und zwar, jetzt hast du ja schon über Nio gesprochen und der Hauptcharakter ist ja, wenn du so willst, ja eigentlich immer der wichtigste, weil der ja natürlich die Leute irgendwie packen muss, ne, also die müssen ja Bock haben, mit dem durch die Geschichte zu laufen und es ist ja ganz oft so, dass, ja, Künstler schon den Hauptcharakter, ich will jetzt mal nicht sagen, dass sie den sich selbst nachempfinden, aber sie fühlen sich so ein bisschen ein und sagen so, keine Ahnung, ne, also der hat jetzt irgendwie die Kreativität von mir oder der ist sehr mutig, weil ich das irgendwie auch bin oder sowas, hat, also hat Nio irgendwas von dir, außer natürlich der Intelligenz, die du eben angesprochen hast und davon abgesehen, so, was sind deine Inspirationsquellen auch um so einen Charakter, der ja wirklich relativ wichtig ist, auch entwickeln zu können und damit dann auch sozusagen die Anschlussfrage, da sind ja noch tausende andere Charaktere drin, die ja so krass detailliert sind, wie kriegt man das hin, solche Charaktere zu entwickeln, wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich möchte gerne auch das machen und finde vielleicht den Zugang nicht und brauche Inspiration, aber wir fangen mit Nio an. Ja, ach, das wäre schön, wenn ich mehr von Nio hätte. Ich trinke einen Schluck Wasser. Ich mache hier ein Bild für unsere Hörenden, damit die sich da gut reinfühlen können und da mehr Authentizität bekommt. Ja, so Nio ist tatsächlich, wie gesagt, für meine Figurenverhältnisse auch eine Ausnahme. Ich habe schon bestimmt 100 Hauptcharaktere im Laufe der letzten Jahre entwickelt und ich würde mal sagen, vielleicht 80% sind halt schon eher so die trolligen Charaktere. Meistens halt ein bisschen dümmer, wie gesagt. Und man macht es sich aber auch ein bisschen einfach. Wenn du eine etwas einfache gestrickte Figur hast, kannst du die halt einfach in eine Szene reinschmeißen und die Szene drumrum nimmt die Figur irgendwie ein. Also nehmen wir mal das Beispiel Dragonborn. So ein Goku weiß meistens nicht, was los ist um ihn rum. Und ich finde das immer schade als Leser, weil ich möchte, dass die Hauptfigur das genauso aufsaugt, wie ich als Außenstehender beobachte. Und wenn ich dann aber merke, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich so ein Goku jemals daran erinnern kann, was er hier gerade Krasses geleistet hat oder dann hast du Figuren wie einen Monkey D. Ruffy, wo du halt auch nicht weißt, ob das so viel in seinem Kopf hinterlässt, was er da so erlebt. Und die machen natürlich trotzdem Spaß. Und wie gesagt, ich bediene mich selbst oft auch bei diesem Trick. Aber bei Nioh soll das halt so sein, dass er im Wesentlichen mit das Szenario um sich rum beugt, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es findet da in seinem Umfeld ein Umstrukturierungsprozess statt. Das würde dann auch so eine große Schlussbohrende für Demon Mindgame sein, dass er was bewirkt. Aber das ist was, was er ganz bewusst bewirkt, wo es halt auch verschiedene Charakter-Arcs gibt und dafür musst du aber auch eine Figur haben, die gewisse Motivation mitbringt, die gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringt. Nioh hat dann zum Beispiel noch so eine Backstory, der hat dann auch noch einen Twist, der am Ende von Kapitel 2 dann in Band 1 auch schon verraten wird. Darf ich jetzt noch nicht so viel darauf eingehen, aber das sind halt alles so kleine Bausteine, wenn man da hier und da Sachen festlegt, wie die Geschichte verlaufen soll, dann entwickelt sich auch die Figur natürlich mit. Und ich verwende da gerne einen Trick, ich glaube, den habe ich mal in Game Studies in der Uni mal gelernt, da hatten wir viel zum Thema Videospiele und da gab es einen Mensch oder den gibt es auch immer noch, der heißt Freeman, der hat auch irgendeinen Vornamen, der nicht Morgen ist und der hat das Konzept des Charakterdiamanten entwickelt und das ist ein ganz einfaches Konzept, erst mal auf der Basis betrachtet, das wird dann aber viel komplizierter, wenn man, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, und die Idee ist, dass eine Hauptfigur, das kann wirklich die zentrale Hauptfigur sein, das kann aber auch eine wichtige Nebenfigur sein, das wäre dann zum Beispiel bei Demon My Game gibt es ja noch zum Beispiel die Figur X, das ist der Sidekick oder es gibt dann noch ein paar Kontrahenten, Kontrahentinnen, möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen und für Figuren von diesem Kaliber mache ich halt dann diesen Charakterdiamant erst mal und das bedeutet im ganz, ganz Wesentlichen, dass man da fünf Ecken hat an diesem Diamant und an jeder Ecke kommt eine wesentliche herausstechende Charaktereigenschaft hin oder eine besondere Fähigkeit, die die Figur hat und das ist immer wichtig, dass man da eine gewisse Streuung hat, dass man sagt, ein paar der Eigenschaften sind ein bisschen trollig, ein paar der Eigenschaften beziehen sich vielleicht auf die Backstory, die haben dann noch oft was mit der Motivation zu tun, dann gibt es noch besondere Fähigkeiten und dann gibt es aber auch oft noch irgendwie sowas relativ Banales, wie zum Beispiel die Figur redet viel oder die redet halt nicht viel, aber das ist halt was, was die Figur trotzdem ausmacht und wenn ich dann da diesen Schlüssel habe für die Figur, kann ich den Schlüssel auf jede Szene anwenden, da kann ich mich auch selbst nochmal kontrollieren, handelt die Figur gerade im Rahmen ihrer Eigenschaften oder durchbricht die gerade die Regeln, die ich für die Figur aufgestellt habe. Das muss man nicht jedes Mal wie so ein Streber alles aufschreiben, man merkt das auch im Schreibprozess, aber das ist auf alle Fälle ein wichtiges Instrument, um gerade wenn man anfängt eigene Geschichten zu entwickeln, wo man sich immer nochmal kontrollieren kann, weil gerade Nachwuchsmangaker machen oft den Fehler, die gibt einer Figur erstmal zu viele krasse und gute Eigenschaften, wo man wieder auf das Thema zurückkommt, wenn die Figur wirklich ein Spiegel der Zeichnerin, des Zeichners ist, dann kann man ja jetzt sich herleiten, wie sich die entsprechenden Autorinnen dann selbst sehen, die Figur ist in allem super gut, die ist super hübsch, die ist Fußmodel, super schlau und alle Personen des gleichen oder anderen Geschlechts lieben diese Figur. Und ich finde es aber viel interessanter erstmal der Figur so ein paar Schwachstellen ranzuschreiben. Das war auch bei Neo so ziemlich das allererste, was ich für die Figur hatte, eine richtig fette Schwachstelle erstmal anschreiben. Und das macht dann erst richtig Spaß, wenn du dann um diese Limitierung rumarbeiten musst, wenn die Story immer wieder an den Punkt kommt, wo du merkst, ah, jetzt kommt der Held wieder an seine Grenze. Jetzt ist wieder ein Punkt, wo zum Beispiel ein Fall von Neo der Kopf nicht so mitmacht. Oder er hat halt, ich sag jetzt mal, gewisse physische Defizite, ohne da jetzt in Spoiler-Terrain vorzudringen. Und das kommt für ihn immer wieder zu Problemen, die darauf halt basieren. Und für andere Charaktere gelten halt ganz andere Regeln, aber die müssen immer wieder ihre Limitierung haben, die müssen immer wieder ihre Motivation ausspielen können, die müssen immer wieder ihre trolligen Eigenschaften ausspielen können, immer wieder ihre ernsten Eigenschaften ausspielen können. Und dadurch entwickelt sich dann eine super interessante Dynamik, eine Soziodynamik. Und wenn man halt sagt, ich hab zum Beispiel eine Geschichte mit drei, vier, fünf wichtigen oder Hauptcharakteren und du sagst gleich am Anfang, jede der Figuren kriegt eine komplett eigene Konstellation an diesen fünf prägenden Eigenschaften, dann werden die automatisch ganz unterschiedlich. Und dann wird automatisch jede Situation, in der zwei oder mehr von den Hauptcharakteren aufeinandertreffen, interessant, weil dann immer eine Dynamik reinkommt. Aber man muss sich auch manchmal dazu zwingen, weil das ist auch glaube ich was, wo viele Nachwuchszeichnerinnen gar nicht so Bock haben, erstmal diesen ersten Schritt zu machen. Man will immer erstmal drauf loszeichnen, man hat keinen Bock sich mit so einer Theorie auseinanderzusetzen, aber man gewinnt da echt viel, wenn man sich mal diese paar Gedanken erstmal macht. Super, vielen Dank. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie man sozusagen an die Charaktererstellung rangeht. Jetzt fände ich es nochmal ganz spannend, David, wenn du nochmal sagst, was sind so deine Top 3 Zutaten für so einen richtig guten Schon? Also jetzt wissen wir ja, wie man den Charakter macht, jetzt wäre es natürlich auch noch cool, wie ich eine Geschichte schreibe. Ja, Geschichte habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, ist halt ein Riesenthema und ich glaube einfach, bei mir ist es automatisiert mittlerweile. Also ich habe auch tatsächlich manchmal Aufträge, ich bin ja nicht nur, wie gesagt, als Illustrator unterwegs und ich bekomme auch manchmal von zum Beispiel Firmen, die ich jetzt nicht beim Namen nennen muss, einen Auftrag, wir haben so ganz grob eine Geschichte im Kopf, mach uns da mal eine echte Geschichte draus und ich denke dann manchmal, ja, was ist denn das Problem? Ich sehe da immer nicht, wo andere Leute dann noch dieses Problem haben, weil, wie gesagt, bei mir ist so viel automatisiert schon passiert. Aber wenn ich versuche, das dann wieder runterzubrechen, auf das Handwerk, was ich erst lernen musste, um da hinzukommen, dann würde ich sagen, dass ich ganz viel mir aus Film hergeleitet habe. Also ich habe tatsächlich unheimlich viel in meinem Leben Fernsehen geguckt, nebenbei, das kann man ja gut machen, wenn man zeichnet, Serien geguckt und man lernt ja dann was über zum Beispiel eine Vieraktstruktur über einen Handlungsbogen. Ich kann darüber hinaus auch empfehlen, im Literaturunterricht manchmal aufzupassen, weil die grundlegenden Regeln, wie eine Geschichte aufgebaut ist, das haben wir tatsächlich, glaube ich, schon in der sechsten Klasse gelernt, da gibt es ja diese ganz berühmte Dramenkurve mit dem retortierenden Moment und der Klimax und so was, das ist was, das gilt für Antigone genauso wie für Bleach. Also das kann man überall anwenden und das sind auch wieder solche Sachen, die ich meine mit, man muss manchmal halt diese Extrarunde machen, man muss sich mal ein bisschen beschäftigen, vielleicht auch mal ein Buch lesen über das Story schreiben an sich. Ich musste das ehrlich gesagt zum Glück nicht machen, aber ich habe halt einfach unglaublich viele Geschichten in meinem Leben schon geschrieben und ich habe mich vor allem immer wieder herausgefordert, ich habe mich selbst versucht, immer wieder unter Druck zu setzen, habe gesagt, ich finde jetzt ein Projekt für mich oder ich mache einfach ein Projekt, wo ich regelmäßig abliefern muss, wo ich zum Beispiel jede Woche ein Kapitel zeichnen muss und dann musst du ja jede Woche eine Geschichte, die bestenfalls eine Pointe hat, entwickeln, wenn es halt nicht eine längere Fortsetzungsgeschichte ist und das habe ich halt immer wieder im Laufe meines Lebens gemacht und dann merkt man schon, wie man am Anfang immer wieder merkt, ich habe keine Idee, ich weiß nicht, wie ich da jetzt noch auf Krampf einen Witz oder eine Überraschung am Ende einbauen soll und dann so nach und nach, man beliest sich da, man guckt sich andere Beispiele an, wie haben andere Autorinnen das gemacht und dann merkt man, wie so das Gehirn sich neu strukturiert und irgendwann funktioniert das Gehirn automatisiert so, dass man schon immer auf so eine Dramenkurve automatisch achtet. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch und vielleicht auch nicht so spannend wie einfach machen. Aber das ist halt, das ist wie gesagt, das sind halt diese Extra-Ausaufgaben und bevor ich die mit Mindgame, die erste Seite überhaupt gezeichnet habe, habe ich bestimmt drei Monate lang zusammen mit den damaligen Redakteuren wirklich immer wieder nur total lange, umfangreiche, detaillierte Mails hin und her geschickt, wo wir immer wieder auch auf Details eingegangen sind. Wie ist die Regel für die Welt hier? Wie ist die Regel für diesen Charakter? Was gibt es da noch für Subplots? Wie können die sich überschneiden? An welchen Stellen streuen wir Flashbacks? Und das gehört mit dazu. Also man muss wirklich, wenn man eine Geschichte entwickelt, sich darauf einstellen, dass man erst mal ganz viel vermeintlich langweilige Hausaufgaben machen muss. Aber ich finde ehrlich gesagt diesen Part fast mit am spannendsten. Ich finde es dann eher schade, wenn man die Geschichte im Kopf schon fertig hat und dann kommt der Part, wo man das zeichnen muss und das ist so langwierig und man weiß genau, ich brauche jetzt für eine Seite einen Tag oder einen halben Tag, bis ich da mal bei diesem coolen Schlussakt ankomme, den ich ja jetzt schon kenne, vergehen noch mal fünf Jahre oder so. Das ist das Schlimmste daran. Aber man hat was, worauf man sich freuen kann. Das ist vielleicht jetzt eine fiese Frage, aber du hast jetzt ja in den letzten 50 Minuten hier gerade, ungefähr plus minus, ja wirklich gezeigt, dass du ja die Theorie sehr studiert hast und da dir sehr viele Gedanken vorab gemacht hast. Wie ist denn das jetzt mit Demon Mind Game? Konntest du da alles so umsetzen, wie du es sozusagen auch in der Theorie gelernt hast? Also erst mal muss man noch dazu sagen, also es kommt noch was bei Demon Mind Game. Ich werde noch irgendwie was nachschieben. Das ist auch schon mit Tokio Pop besprochen, dass ich dann vielleicht das als Webcomic noch mache. Da gab es ein bisschen hin und her, wie viele Bände das werden. Das sind lange Geschichten, da will ich jetzt gar nicht allzu detailliert werden, aber die Frage war relativ früh bei Demon Mind Game, mit wie vielen Bänden kann man die Geschichte erzählen? Wie gesagt, wir hatten ja schon 2016 im Prinzip die komplette Story fertig und es gab zwischenzeitlich immer mal wieder Bestrebungen, das ein bisschen runterzudampfen. Und was bei diesen Runderdampfprozessen passiert ist, wo man dann zum Beispiel sagt, lass uns jetzt mal diesen längeren Zwischenpart versuchen mit weniger Kapiteln zu erzählen. Da finde ich, sind teilweise Stellen in dem Manga extrem viel besser geworden, weil die eine ganz andere Dynamik bekommen haben. Dass man zum Beispiel gesagt hat, so ziemlich alles, was in Band 2 passiert, das war ursprünglich gedacht, dass das sich über ein halbes Jahr erstreckt. Und jetzt ist ganz viel von dem so, dass das innerhalb von wenigen Stunden passiert. Das war aber notgedrungen, weil wir was abkürzen mussten zwischendurch. Aber durch diese Herausforderung fand ich, hat das extrem viel dazugewonnen. Es gibt aber andere Stellen, wo bestimmt das nicht das Beste ist, was man hätte machen können. Aber man hat ja auch immer einen gewissen Zeitdruck. Man muss kleine Abstriche hier und da machen. Das sei dann auch mal die Frage, tut das eine Manga gut oder schlecht? Das ist aber einfach das normale System bei Manga. Also gerade auch in Japan, man muss sich das mal angucken, die Kolleginnen da drüben, die müssen jede Woche teilweise 20 Seiten abliefern. Du musst immer wieder kleine Zugeständnisse machen. Bei Demon Mind Game hatte ich da natürlich den Luxus, dass ich in der Regel so etwa einen Monat pro Kapitelzeit hatte. Aber auch da musst du schon immer mal wieder Zugeständnisse machen. Dann kommt es halt auch häufig vor, du bist mit dem kompletten Buch fertig und dann gehst du noch mal in frühere Kapitel zurück und fängst an, noch mal fleißig zu korrigieren. Du änderst noch mal Textstellen, weil du merkst, das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr, weil sich da hinten raus noch mal Sachen geändert haben. Ich finde aber, dass wenn ich mir jetzt die Bände 1 bis 3 angucke, dass ich da schon immer noch voll mitgehen kann. Es sind ein paar Sachen in Band 1, wo ich dann auch rückwirkend noch mal ein paar Panel neu gezeichnet habe, mehr so nur für mich, weil ich denke, puh, also das ist so rein vom Zeichnerischen her, wie da teilweise Neo auch noch vom Character Design her gestaltet war. das hat sich über die Bände noch mal entwickelt, zum Positiven finde ich auch hin und dann mache ich manchmal nur so für mich, weil ich damit nicht leben kann, noch mal so ein Revisiting und nehme mir noch mal irgendwas aus Kapitel 1 oder 2 und zeichne das einfach für mich noch mal neu. Teilweise zeige ich die Ergebnisse dann auch noch mal im Internet und so Vorher-Nachher-Vergleich würde dann auch oft die Leute sagen, also ich erkenne ehrlich gesagt den Unterschied jetzt nicht so krass oder was das jetzt wirklich wert, aber ich als Autor sehe das halt extrem kritisch und ich finde, es ist auch wichtig, dass man selbst sein größter Kritiker ist, aber ich finde bei Demon Mind Game, ich gehe da immer noch mit, also die Leute, die jetzt Band 3 lesen und dann am Ende von Band 3 ankommen und denken, hä, ist aber ein komisches, offenes Ende, ja, ich schiebe da noch was nach und falls ich demnächst dann mal wieder auf Conventions oder Messen, vielleicht legst du das Leipziger Buch und wir müssen mal schauen, falls ich dann mal wieder auf einer Signierstunde bin und euch Hörenden hoffentlich Band 3 bemalen kann mit ganz vielen Schnurbänden auf dem Cover, vielleicht habe ich dann auch schon was, was ich da noch so hinterher schieben kann, so ein kleines Gimmicks, habe ich damals bei Band 2 auch gemacht, da hatte ich noch ein kleines Bonusbuch hinterher geschoben für alle, die zur Signierstunde da waren, da waren dann noch ein paar Oh, ich erinnere mich, so ein paar Worldbuilding-Sachen dabei und da ging es ja vorhin auch mal drum, da waren einfach so viele Ideen, bei die mir ein Mindgame noch so nebenbei abgefallen, wo ich dachte, das ist eigentlich schade, wenn die jetzt einfach so auf der Strecke bleiben und dann habe ich gesagt, ich mache wenigstens so ein kleines, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, ein Artbook, so ein Worldbuilding-Book, Companion-Book, wie auch immer man es nennen mag, wo ich noch ein paar Nebenfiguren vorstelle, die vielleicht mal im Hintergrund von Band 1 oder 2 vorkommen, wo ich mir ganz viel dazu gedacht habe, aber auch weiß, ich kann die Geschichte von denen jetzt nicht erzählen, das ruiniert das Pacing, wir werden da komplett aus der Hauptstory rausgerissen, aber die Figur ist es trotzdem wert, wenigstens mal auf einer Seite präsentiert zu werden, dann habe ich also dieses kleine Buch dann den Kindern geschenkt und sowas in der Art werde ich auch nochmal machen. Ja, aber wie gesagt, in irgendeiner Form gibt es dann schon nochmal so ein richtiges Finale und ich glaube, dann kommt auch bei Demon Mind Game alles zusammen. Erst wenn man das dann vollständig gesehen hat, dann weiß man auch, wo ich mit so ganz vielen Kleinigkeiten schon in Band 1 hin wollte und es gibt so zwei, drei Leute auf dem Planeten, vor allem natürlich die entsprechenden Tokio-Pop-Redakteurinnen, denen ich halt die komplette Geschichte schon natürlich erzählt habe und die haben dann halt auch alle gesagt, ah, sehr gut, schönes Ende. Jetzt muss ich halt nur noch gucken, wie ich da ganz final noch hinkomme. Jetzt hast du ja gerade schon über die Conventions gesprochen, also jetzt warst du ja zum Beispiel dieses Jahr auch auf der Docomi, aber es ist ja immer noch alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Freust du dich freust du dich dann darauf und wir sind jetzt, wir tun jetzt mal so, dass wir in die Wahrsagerkugel schauen und alles nächstes Jahr positiv ist, also positiv im Sinne von wieder so wie früher. Also negativ. Ja, genau, also negativ. Worauf freust du dich am meisten wieder, wenn Conventions richtig starten? Also, das ist eine ganz komische Sache bei mir, weil ich habe jetzt wirklich so einen Convention Overkill über die letzten vielen Jahre gehabt. Ich war jetzt wirklich von 2000, also angefangen mit Conventions habe ich 2002, aber ich habe dann 2008 so einen Rhythmus da reingebracht, wo ich dann teilweise 16, 17 Mal im Jahr auf Messen und Conventions bin und dann immer in einer offiziellen Funktion. Also das bedeutet, dass ich nie einfach nur spazieren gehe, sondern ich habe dann Signierstunden, ich habe ja auch einen eigenen kleinen Verlag, wo ich dann an der Kasse mitsitze oder den Leuten irgendwelche Fragen beantworte, Mappensichtung wie gesagt mache, Business Termine und das sind alles so Sachen, das gehört halt mit dazu, aber es ist halt auch Stress, Stress pur. Und ich glaube, worauf ich mich freuen würde, wäre, wenn ich das schaffe, das zu reduzieren und wirklich wieder mehr von den eigentlichen Conventions aufsaugen kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr da für Tokio Pop am Stand mithelfen müsst, ob ihr dann mal groß wegkommt, um euch dann halt auch mal so diesen Flair der Szene mal anzugucken. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Ja, genau, also finde ich halt auch. Meistens eher immer so dann zum Ende hin, dass man dann vielleicht nochmal so am letzten Convention Tag Zeit hat, weil vorher ist man ja meistens wirklich immer da eingebunden, deshalb verstehe ich auch total, was du meinst, aber eigentlich ist das das, was du auch sagst. Das Besondere daran ist ja die Atmosphäre vor Ort. Ja. Und ich habe hier halt das Glück, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber gerade wenn man halt so einen gewissen Stand in der Szene hat, dann kommen ja auch die Leute zum Glück zu einem hin. Aber darauf bin ich auch angewiesen, weil ich sitze ja dann auch wirklich die ganze Zeit und ich habe wirklich Convention gehabt, also kann man jetzt offen drüber reden, da wäre ich gerne mal auf Toilette gegangen zwischendurch und es ging einfach nicht. Weißt du, der Klassiker ist, ich bin immer vor einer Convention total ausgelaugt. Du schläfst dann nicht jede Nacht mehr durch, also das kennt ihr ja dann bestimmt auch, da wird ja dann wahrscheinlich auch der ganze Verlag, gerade so einer größeren Veranstaltung wie eine Leipziger Buchmesse, kollektiv Überstunden schieben. Und ich habe dann halt noch meinen kleinen Verlag und bin dann auch so Mädchen für alles und es ist wirklich, für die Leipziger Buchmesse zum Beispiel bin ich dann auch noch Hausillustrator und habe da auch nochmal gewisse Verpflichtungen und dann bist du vor einer Convention überhaupt nicht entspannt. Du bist halt auf 180, bist schlimmstenfalls seit Monaten im Vorbereitungsmodus, musst schnell noch ein paar Bücher fertig machen und so weiter. Und dann hast du immer so dieses Hirngespinst, du kommst da hin und findest aber einen Weg, wie du dann auf der Messe oder Kon selbst nicht so gestresst, ständig nur am Hasseln bist und dass du halt mal wieder ein paar Freunde besuchst, dass du mal ein paar Rundgänge machst. Und dann setze ich mich einmal hin am ersten Convention Tag, dann kommen die ersten Leute und geben mir ein paar Bücher zum Signieren hin und bis dann Sonntagabend die Veranstaltung vorbei ist, werde ich nicht aufgestanden sein. Die machen dann nachts da mal das Licht aus und wischen um mich rum, aber ich werde dann nur noch so Stapel abarbeiten. Und das war jetzt auch bei der Ducomi vor ein paar Wochen war der ja, da habe ich mir halt auch ganz fest vorgenommen, nicht wieder in diesen, ich sage jetzt mal, in diesen Mahlstrom reingezogen werden. Also ich will dann nicht wieder die kompletten zwei Convention Tage nur bei mir am eigenen Stand vergammeln. Und das habe ich tatsächlich das erste Mal seit vielen Jahren wieder hinbekommen, dass ich mir mal so zwei Stunden genommen habe, bin nur rumgegangen, habe Freunde besucht, die man jetzt auch während Corona alle nicht getroffen hat, Kolleginnen. Und das, das brauchte ich auch mal wieder. Und das ist auch was, wo ich mich dann nächstes Jahr drauf freuen kann, diese ganzen Nasen dann wieder treffen, gucken, wie es allen so geht, weil ich bin auch jemand, ich bin sehr unsozial während so einer Pandemie. Ich habe da nicht so den Elan, mich da zu melden und die ganzen sozialen Bindungen zu kümmern. Ich hoffe, das nehmen mir dann die Leute nicht übel. Aber nächstes Jahr bin ich dann wieder voll da. Die Leute werden natürlich alle einen riesen Schreck bekommen, wie krass ich in den zwei Jahren Pandemie gealtert bin. Ich habe wirklich mir sehr lange mein jugendliches Aussehen, meine jugendliche Art bewahrt. Jetzt komme ich zurück mit kaputten Knien und neuen Falten, die man so noch nie gesehen hat an irgendeinem Mensch. Und ja, sage ich jetzt schon mal einfach mal Entschuldigung dafür, der Zug ist abgefahren. Also sorry. Solange die Füße noch okay sind, damit der Job als Fußmodel weitergeht, ist alles okay. Die Füße sind top, aber da wird auch mittlerweile immer mehr mit Photoshop nochmal drüber gegangen. Ich will das gar nicht hören von den New Yorker Agenturen, die die Fotos bearbeiten, aber ich höre schon häufiger, die haben extra jetzt so eine Software nur für meine Füße entwickelt. Aber ansonsten finde ich, die sind nicht schlecht. Was ja auch nicht schlecht ist, ist tatsächlich Demon Mind Game. Ja, okay, sorry, die Überleitung ist nicht gut, aber wir freuen uns wirklich sehr über diesen dritten Band und sind sehr gespannt, was Nio in Zukunft noch so erleben wird. Das Ende des Podcasts ist nun langsam in Sicht, David. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ich würde sagen, ich freue mich, wenn jetzt Band 3 dann rauskommt. Das war ja auch so ein großes Pandemieopfer. Also wir hatten ja damals auch mit dem Verlag drüber geredet, dass es einfach keinen Sinn macht, dass der Band dann mitten in der Pandemie rauskommt. Das habe ich auch komplett verstanden. Also der lag jetzt wirklich lange auf Halde. Also nicht, dass jetzt die späteren Lesenden denken, ich habe da jetzt wirklich so viele Jahre an dem dritten Band gesessen. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber es hätte wirklich keinen Sinn gemacht. Der war gerade fertig geworden, als bei uns der Lockdown 2020 losging. Und da muss man halt einfach sagen, dass das war auch für die Buchbranche im Ganzen natürlich ein Riesenthema. Und was macht man da? Wie umschifft man da diese fehlenden Conventions, den fehlenden Kontakt zu den Leserinnen? Und ich habe es ja auch gemerkt, zum Beispiel als die mit Mindgame Band 2 rauskam. Da war es halt auch schon so, dass man dachte, wie ist denn das jetzt? Finden wir da überhaupt noch genügend Leserinnen, die sich dafür jetzt interessieren? So hat das auch klingt. Aber ich war dann halt total geflasht, wie da der Hype war auf der Buchmesse damals, als das rauskam 2019. Das ist schon, ja, um Gottes Willen. Und da würde ich mich halt freuen, wenn man das irgendwie nächstes Jahr wieder reproduzieren kann. Wie gesagt, nicht mit den alten frischen Knien, aber sonst ich versuche so zu tun, als wäre ich noch der Alte und bin dann auch gern wieder bereit, Frage und Antwort zu stehen und auch schlimmstenfalls wieder acht Stunden Signiermarathon pro Tag zu machen. Da auch noch mal ganz lieben Gruße an alle, die das damals 2019 über sich haben ergehen lassen und damals bei dieser Rekordbuchmesse, wo wirklich die Hallen so gerammelt voll waren und noch ganz andere Bazillen als Corona damals rumging, dass die dann so lange gewartet haben geduldig, bis sie mal ihr Buch signiert bekommen. Und da habe ich aber Bock, weil ich muss ja nicht in der Schlange stehen, ich muss ja nur die Schlange aufhalten mit meiner langsamen Zeichnerei. Das machen wir auf alle Fälle nächstes Jahr. Ich finde da irgendwie einen Weg. Und ansonsten auch noch ein kleiner Programmhinweis, was Demon Mind Game anbelangt, das nächste Corona Opfer. Das war ursprünglich geplant auch für doch für 2020. Da war der ursprüngliche Plan bestenfalls zur Buchmesse. Im März wäre Demon Mind Game rausgekommen, waren drei und parallel dazu hätte es noch eine Ausstellung gegeben, aber in Österreich in der Nähe von Linz im Rahmen von dem Next Comic Festival. Und da wäre damals die Idee gewesen, dass man viele Originalseiten aus Band 3 da schon mal angucken kann. Und ich hatte viele tolle Aktionen geplant. Die Galerie in Traun, heißt der Ort Traun, nochmal aufschreiben. Die war da auch voll gut involviert und es gab da viele schöne Ideen, wie man da auch den Verlag mit einbeziehen kann und alles. Ja und dann Pandemie. Wir haben wirklich noch bis kurz vor Lockdown noch geguckt, kann man noch irgendwie ein Ersatzprogramm machen. Da wäre damals noch die Idee gewesen, dass man eine Vernissage ohne Besucherinnen macht. Haben uns dann dagegen entschieden, haben gesagt, lass uns das mal verschieben. Jetzt ist der Verschiebungstermin natürlich auch wieder in die Pandemie reingerutscht. Das wäre dann dieses Jahr gewesen im März. Jetzt haben wir es nochmal verschoben und jetzt ist der Plan, dass man das dann endlich 2022 durchzieht. Und das ist dann eine Woche vor oder eine Woche nach der Leipziger Buchmesse. Muss man nochmal genauer schauen. Und ich hoffe halt auch, dass wir dann alle negativ sind, also dass alles positiv für uns ist. Und dass wir uns dann alle in Leipzig treffen und die, die Bock haben oder die, die es nicht nach Leipzig schaffen, aber mehr so im Süden von Deutschland oder in Österreich, Schweiz unterwegs sind, dass die dann alle vorbeikommen, die Galerie Traun und wir gucken uns dann alle gemeinsam ein paar Demon Mindgame Seiten an. Und dann habe ich vielleicht noch den ein oder anderen Schwank aus meiner Jugend zu erzählen. Da kommt man dann nicht drum rum. Da hängt man dann einmal fest. Das hört sich gut an. Okay, dann als letztes David, wie würde sich ein Werbespot für Demon Mindgame Band 3 anhören, damit wir die Leute jetzt nochmal zum Schluss nochmal richtig, richtig heiß machen auf Demon Mindgame Band 3? Demon Mindgame 3, was ist da denn los? Noch mehr Action. Oh, ganz schön verrückt. Jetzt mit noch mehr Mechahenthal. Wird Neo das große Kartrennen gewinnen? Lest rein. Und vielleicht Unique Selling Point, es gibt da wieder ein Lesezeichen drin in Band 3. Also jetzt ganz ehrlich, wir haben jetzt eine Stunde lang nur über einen heißen Brei geredet. Ich glaube, ich hätte damit anfangen sollen. Das ist ein gratis Lesezeichen mit dabei. Ja, sold. So, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir sie alle überzeugt. Das Wichtigste daran ist ja, dass das ja mit dem anderen ein ganzes Motiv ergibt. Das ist ja das Spannende. Also das ist schon krass. Vor allem, das ist so dieses Motiv, das war ganz am Anfang da. Vor allem anderen gab es erstmal dieses Motiv. Das war so ziemlich das Erste, was ich überhaupt für den Manga gezeichnet habe. Und dass das jetzt endlich im wahrsten Sinne zusammenkommt. Und dann werden die Leute sagen, oh krass. Ich war so krass gehypt nach dem zweiten Band und wollte unbedingt wissen, wie dieses Motiv fortgesetzt wird. Und jetzt kommt endlich, das ist wie damals die zehnte Staffel von Game of Thrones. Ach, glaube ich. Oder wie auch immer, die achte, glaube ich. Die achte Staffel. Und dann kommt jetzt das letzte Motiv und alles, oh, ich hatte es irgendwie besser erwartet. Nein, es wird ein super Motiv. Ich verrate noch nicht, wer auf dem letzten Bild drauf ist. Ich verrate nur so viel, wir hatten bisher noch nicht den Hauptcharakter Neo mit auf einem der Lesezeichen. Vielleicht hat es damit was zu tun. Aber ich weiß es nicht. Es ist schon so lange her. Ich habe es auch vergessen. Ja, logisch. Wenn es das erste war. Genau, also vielleicht ist es was ganz anderes drauf. Vielleicht irgendwie eine Figur, die mir gar nicht gehört. Vielleicht ist es Ichigo aus Bleach. Ich weiß nicht, aber dafür müsst ihr Band 3 holen, um euch davon zu überzeugen. Vielleicht ist es ja auch ein Bild von deinen Füßen. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Kuwagamon ist nicht überall mit eingebaut, aber meine Füße baue ich irgendwie in alle meine Comics mit ein. Also man muss so verschiedene Seiten raustrennen. Seite 54 von Band 1 von Demon Mind Game, dann noch Seite 102 von Serious Sausage Slaughter und so weiter. Und wenn man die dann alle richtig zusammenlegt, da ist das wie so ein Da Vinci Code Rätsel. Und da sieht man dann... Von diesem Fußfäbel höre ich übrigens auch zum ersten Mal. Ja, aber nicht zum letzten Mal. Also das wird auch noch böse Folgen haben. Also ich plan da schon so auf zehn Jahre hin, da auch noch mehr in den Medien damit vertreten zu sein. Aber nicht nur positive Meldungen. So viel kann ich schon verraten. Okay, alles klar. Wir werden auch viele Prominente involviert sein mit peinlichen WhatsApp-Chat-Verläufern. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Da würde ich also sagen, Leute, ihr wisst Bescheid, holt euch Demon Mind Game Band 3 mit dem exklusiven Lesezeichen, dass es nur eine erste Auflage gibt. Und seid gespannt, was da auf diesem Lesezeichen ist. Und ja, vielleicht kommt da ja auch noch eine ganz nette Geschichte bei Rum. Vielleicht, ja. Aber das Lesezeichen ist auf jeden Fall dabei. Ja. Ich sag dann mal einfach, wir sind am Ende von unserem kleinen Special hier angekommen. Und David, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel Spannendes zu Demon Mind Game erzählt hast. Und auch danke für die zahlreichen Tipps für unsere Nachwuchskünstler. Ich glaube, ja, man kann hier, glaube ich, echt sehr viel aus diesem Podcast rausnehmen. Danke dir. Ich hoffe das ganz sehr. Ja, also wenn dabei jetzt irgendwo was, was, was Gescheites bei Rum kommt, bei irgendwelchen Nachwuchszeichnerinnen da draußen. Ich gucke mir das auch dann gern wieder, wie gesagt, nächstes Jahr auf den Conventions an. Freue mich da immer, wenn ich da auch was helfen kann. Der alte Mann der deutschen Comicszene erzählt was vom Krieg. Und mal gucken. Und ich muss mich noch bedanken, dass ich zwischendurch die, die Pausen, in denen ihr Fragen gestellt habt, nutzen konnte, um zum Beispiel mal ein paar Hustenbonbons zu lutschen. Ich habe es tatsächlich gut geschafft, ohne ganz schlimm zu husten. Ich glaube, das habe ich gar nicht so richtig am Anfang betont. Aber ich habe ja ganz, ganz schlimme Erkältung. Aber hast du gut gemacht. Man hat gar nichts gehört. Also ich hatte zwischendurch war mal so die Stimme so ein bisschen am Wegbrechen. Ich habe das einfach überspielt. Hast du gut gemacht. Ein Profi halt. Einfach so getan, als wäre ich gerade am Ende meiner Ausführung, habe euch eine Frage gestellt und hast einen Schluck getrunken. So wird das gemacht. Aber ich bin selbst überrascht, weil so lange am Stück habe ich heute zumindest noch nicht gehustet. Nein, ich habe kein Covid-19. Ich bin geimpft. Ich habe einfach nur das, was die kleinen Babys anschleppen. Und das ist so krass. Ich habe das total unterschätzt. Man hört immer irgendwelche jungen Eltern. Das Kind ist jetzt in der Kita. Ich habe die Maul und Klau und solche. Ich denke, ach ja, come so schlimm kann es nicht sein. Doch, es ist wirklich so schlimm. Also die Kinder, die bringen wirklich diese ganzen Steinzeitviren und Bazillen wieder ran. Also wo man dachte, das ist seit dem Tertiär ausgestorben. Nee, die Kinder, die haben das irgendwo noch im Sandkasten verbuddelt und holen das dann immer mal raus. Und ich und meine Frau, wir lagen jetzt so krass flach. Also ganz, ganz schlimm. Aber jetzt durch den Podcast und die Vorfreude auf das Buch habe ich jetzt wieder meine Gesundheit gefunden. Na, das sind doch schöne letzte Worte. Darauf einen Schluck Wasser. David hat vielen, vielen Dank. Ja, David, vielen, vielen Dank. Und weiterhin dir und deiner Familie gute Besserung. Kommt wieder gut zu Kräften. Und liebe Zuhörer da draußen, wir sind jetzt hier wirklich dann auch am Ende angekommen. Das war unsere kleine Special-Folge mit David Fulicki, dem Mangaka von Demon Mind Game. Holt euch Band 3. Wir sind jetzt hier fertig und wir hören uns dann morgen, wenn es dann um das Thema Boys Love geht. Ciao, ciao.